so sind wir wieder mit jenz und andy hallo hallo so voll deprimiert macht es keinen spaß doch aber ich hab nicht so wieder fiffis oben am berg sind mir egal folgende müssen monikam kiste ich bin eine spinne gehalten wollte ich gerade schließen auf dringende nachricht oder eine neue brille ganz schön unverschämt für dein alter kap jetzt wieder auf den sturm dort ist hier sicherer wenn du mich zielt sondern einfach aus der hüfte schießt dann bleibt das auch so sie ist ja ich treffe auch mich schießt nicht aus der hüfte wo geht es jetzt lang da ist er mademoiselle hier war noch eine monik ist ja ja posten und panzer brechen und die andere lasse ich drin mp alles klar let's go kann man die ne na da ist doch die 1 führt uns nach fisnek ne die ist nicht hier und fisnek ist auf den halben weg zum missionsziel bei mir ist schon wieder vernagelt die kanon die ist richtig ja torsberg ja richtig ja was was warst du nicht hörst mini es gibt wieder spaß Da fällt der Roboter um. Das sind zwei. Das sind zwei riesige. Egal, ob du irgendwo anders einen Trigger hast. Gleich bin ich tot. Ein Panzerfaust ausgerüstet. Dahinter ist noch einer. Da ist noch was im Bus. Links von ihm. Der hat dich auf dem Schirm. Ich habe einen EMP. Nicht schießen. Okay. Kannst. Down. Das mit der Aktion nämlich direkt die Sprengfässer, die ich gesetzt habe, hochgejagt, ist perfekt. Wer schießt denn da noch? Da oben sind noch mehr. Da oben sind noch mehr. 1800 xp derzeit war hier wieder angriff von hunden Hast du die leer? Da waren noch mal 6 Hunde, als du geguckt hast, wo ein Trigger herkommt. Mann, die kommen mal vor wie eine Bergzieher. Wieso, wie? Ja, da oben ist wieder ein Dingens. Generator. Vor uns auch wieder. Wir haben sie jetzt in so großen Massen da reingespampt. Das ist schon lachhaft. Armselig. Wird mir interessieren, ob es die vorher schon gab oder ob die wirklich mit dem Patch gekommen sind. Wir waren ja noch nie hier in dem Gebiet. Das ist eine Straße. Da ist eine Sperre. Ach du Schräg, was ist das denn? Ah, wollen sie Bock auf Erstecken? Das ist eine riesige Kanone. Wo? Da ist doch ein riesiger Pönöpel obendrauf. Hä? Oh. Ah. Ich geh mal hier den Berg hoch. Zentralen Nervensystem. Eft nix. Eft nix. Ja. Zentralen Nervensystem. Besseren Namen gab es nicht. Really? Da unten ist wieder so ein Ding, was leuchtet. Ich glaub' grad komplett außen um das Ding herum. An der Clipi entlang. Ich bin hier oben auf dem Berg. Volkermann in Conquer Style, ganz klar. Ja, ich komm' nicht höher. Und tschüss. Bin er? Ab Stuhl jetzt. Und meinen Rheinweg hast du auch nicht gefunden, ne? Wir sind von hier oben. Ja, da muss man ja auch wieder rauskommen, also. Geht von dem Weg, nicht von einfach reinhüpfen oder so. 1 0 0 1 1. Alles klar. Ja. Das soll nur einfach Geschmack machen. Ähm. Komm mal bitte mit. Äh. Ist ne fix. Fnix Kanone. Zentralen Nervensystem wird auch auf der Karte angezeigt. Mal weiter. Da unten leuchtet es hoch. Das ist auch so ein Ding, ja ja. Und auf dem Feld läuft ein Roboter lang. Was ist denn unser Missionsziel? Relaisantenne. Okay, die können wir holen. Könnten wir holen. Die ist gerade vor uns. Äh. Äh. Ganz einfach. Die könnt ihr mit der Panzerfaust wegmachen. Brauchen wir da nie runter. Ja. Wenn du willst. Allerdings. Die Funkgeräte brauchen wir nun wirklich nicht. In Kampf eingetreten. Egal. Wo war denn jetzt unser Zielmarker? Da vor uns. Das ist schon wieder so ein Ding. Da vor uns ist er. Ja genau. Hier in die Richtung, wo du rennst. Wo sie rennen. Denn sie rennen ja und sie rennen ja. Schon wieder so ein Teil. Ja voll über, überzogen. Ganz ehrlich. So. Kauft, kauft, kauft. Sie alle den Berg hochstiefeln. Äh. Oh. Da unten ist wieder ein dicker. Der Runner. Der Schießt auf uns. Ach. Hier sind wieder Spinnen überall. Vor allem voll die krassen Spinnen. Die deutlich mehr aushalten als alle anderen. Äh. Alles gut bei dir? Ja. Aber die Spinde bringt uns ja gar nichts so Ding hier. Fest zum Thorsberg. Aber ich hab keiner zu der Party eingeladen. Also verzwiebelt euch. Ich glaub da kommt noch was größeres. Wenn wir jetzt unsere kleine Privatparty zu Ende feiern. Danke. Äh. Das hier ist ne Lootbox. Da ist eine Taschenlampe drin. Okay. Wie war's bei mir? Äh. Haarnadel Dietrich, Feuerwerkskörper, einfaches Erste-Hilfe-Set. Naja. Das ist komplett auf Vorgeschmack auf dem DLC. 100.000 pro. Dürfen wir jetzt unsere Party weitermachen? Danke. hier. P-p-p-pay-party. P. P-p-p-party. und alle dann links links steigen was den fischern herum wo der wurscht wieder ein dicken wir sind hier nach schluchte kann uns gar nicht sehen seine hat rünschken augen richtig liegen oder nicht sehen sie wenn das licht angeht eventuell war noch nicht der zielpunkt aber vielleicht ein zwischenpunkt netter platz da ist wieder eine spinne da kann man hier knopf drücken stand da ist ein robbie upgrade britmaskin 30 upgrade haben wir jetzt abgegradet warum hast du den knopf gedrückt gesagt hast knöpfchen drücken ich habe die knoppe doch auch gedrückte nudel hauptmission vernagelt die kanon ja dann geht los muss hier irgendwo sein hier sieht es nach einem militärischen komplex aus das hier unter uns irgendwo ja hier vor mir geht ganz viel weg rein oh ja aber so richtig richtig nicht so schlimm ja hier ist der militärische komplex da ist ein dicker einsatz für deine waffen ich bin hier unten in der schlucht hinterm haus ich habe hier nein ollie guck mal nach unten dreh dich um und guck da ich sehe dich ok ja kannst du von da aus raketen werfen ja 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 okay der wusste gerade echt nicht wie ihm geschieht hast du gemerkt er hat dich einmal zurück gerübst ja der ist oben am berg so hier ist das signal hier müssen wir rein ist da auch lupe und so ne hört sich nicht so glücklich an hier geht's raus wir müssen einen anderen in trends finden in trends da hinten in den berg ein richtiger links und rechts gibt es auch was rote tür grüne doppeltür oder gerade aus aber gerade aussieht nach hause abgeschwärt also die seite wo du bist bitteschön ladies forest was ist mit verrüst er ist das kann ich gebrauchen ja eins gefunden links spinne und kaputter bord das wohl war wohl spitz noch mehr hinter der barrikade zwei stück eine waffe eine ziemlich coole was gab es denn automatik wäre fünf leiche einfaches erste hilfe kit noch eine leiche ach so ja ich habe hier durch ein paar hochexplosiven 14 stück möchte ich haben liegt hier dann liegt hier Ankommen weiter So Problem Kostenpanzer brechen Hier habe ich auch noch Den hatten wir ja Weggeschmissen Jutes Auge Die andere haben ich ja nicht gesehen Sind echt kleine Puzzis Den hat es dahin gerafft Ja Der hat ein Funkgerät Da wollte ich nicht mehr mit Keine dabei? Eins dabei Darum halt jetzt nur ein zweitens Ah Wieder Türen rechts, Türen links Ich liebe das Ich bin jetzt hier Und hier sind überall Spinnen Da ist noch eine Schweinevieh Wenn du ein wenig Ruhe bewahrst Dann würdest du mich nicht immer Beim Zielen durch die Gegend schieben Wenn die angesprungen kommen Du hast ja noch mehr Spinnenphobie als ich Ich hasse Spinnen Äh 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 Laufverweiterung Gehst du? Was denn? Ja, schiebt Du hast mich geschoben Aber es passt schon Aber geht es dir noch gut? Ich brauche auch ein paar Punkte Nee, ich meine den Vogel da Geht zwar nichts, aber du kriegst trotzdem eine Packung Äh Okay, ist der gleiche Raum, der normalerweise unter Gas steht Hier ist auch wieder diese dämliche Gittertür Kiste Granatus Eine Und auf der anderen Seite ist die Hand Nix Erste Hilfe Granate Hier drinnen war nix? Nein Äh Okay Wo kommst du mit, dass wir gerade Angegriffen werden, ne? Ich stand hier und wort und du warst da in dem Roboter am rumwühlen Zumindest aus meiner Perspektive sah das so aus Ich muss das Spiel lauter stellen, vielleicht kriegst du es ja nicht mit Ich werde Licht Müssen wir das Kommandozentrum suchen Jetzt werden wohl die Türen aufgehen, die vorhin nicht aufgingen Ah, hier oben Aber die geht nicht auf Ah, hier geht einer auf Nee, ist abgesperrt Hier geht auf Ach Rackenstation Rote Tür unten Da wäre wahrscheinlich das nach unten Blaue Tür Geschichte Box Ah, Waffenkiste HP5 und knipst Granatos, Sunnykiste Dat nehm ich unahmet Punktgerät Automatik, W4 Äh, Ergänzung Leon Bist du jetzt runter? Nein, nein, nein Das ist Ich hatte Ich hatte Schmerz 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 Ahem. Ähm, willst du hier den? Ja, johentisch. Den nehm. Torsberga, Torsberga. Det här är HMS Visborg. Tio distansminuter sydost om Hisingarnäset. Vi har inkommande eldridning från era pjäser. Bekräfta. Jag upprepar, ni skjuter på era egna. Avbrytbomst! Hm. Ist wieder ne Hand. Lass mit dem Computer arbeiten. Küstenartillerie in der Festung Torsberg. Äh. Da hinten. Äh, hier hinten war auch noch ne rote Tür. Ja, genau. Dann gehen wir erstmal da lang. Ich bin so froh, dass es kein Friendly Fire gibt. Er war doch schon tot. Jetzt ist er tot. Wer ist der Hilfe-Pack? Äh, Spinne geradezu? Waren wir hier schon? Hm. Fragt das jemand anders? Äh. Ich hab hier gerade noch was umgelegt. Ja, ich kann hier nur looten. Darum frage ich. Ja, weil wir ja nur das rausnehmen, was wir mitnehmen wollen. Aber der Fernseher war noch ganz. Ja. Also waren wir hier noch ne. Och, och, nix. Bin immer noch mit allem mega bedient. Gut. Ist da am Tisch hinten durch. Waffenkiste. Äh. Aufwärterung. Nee, brauche ich nicht. Automatik-Wee in Grau. Hättet den Schrott doch. So, hopp, hopp, hopp. Nischt, nischt, nischt. Zip. Kiste im Regal. Erste Hilfe-Set und Funkgerät. Erste Hilfe-Set und Granator. Stormgewehr. Erweitertes AL-76-Magazin in Grau. Naja. Kannst du mir gehen, wenn du die brauchst. Hier die Waffenkiste. Dann geb ich's dir. So, dann ist's. Ach du mein Gewehr. Gegenstand ablegen. Gegenstand ablegen. Bitteschön. Danke. So. Naja, dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Wir looten das hier jetzt noch fertig. Und bevor wir rausgehen, holen wir euch dann dazu. Also, bis dann. Tschüss. Tschüss.